Also, hier steht auf meinem Kärtchen, zum ersten Mal habe ich von euch gehört mit dem Song Ramona, aber ihr macht ja nicht erst seit gestern Musik. Ne, das ist richtig, seit vorgestern. Seit Dienstag jetzt, ne, doch, Dienstag. Dienstag vor einer Woche, ja, haben wir damit angefangen. Aber wir haben so dieser täglich größtes Murmeltier-Effekt, deswegen haben wir immer diesen Dienstag, an dem wir immer wieder anfangen, Musik zu machen und können jetzt nicht mehr sagen, wann das angefangen hat. Welches Jahr ist jetzt? Das ist irgendwas mit Platz vor 3000. Ja. Vor der WM. Ja, genau, nach der EM, vor der WM. Mehr muss man ja eigentlich gar nicht wissen. Das ist ein Jahr da, also das ist ein Schaltjahr. Stimmt. Ah. Ja, er ist der Mathematiker. Und der Chinese, der Band.